Dann wird einfach... Lug sich hoch! Jo Leute, was ihr jetzt seht ist eine wunderschöne Runde von Fortnite tatsächlich. Gemeinsam mit Shinken, Niklas, aka Niklas und Papa Platte. Und ich kann hier im Itemshop den Namen Revinsight eintragen und hab damit tatsächlich folgendes Vorteil. Ich unterstütze mich selber. Leute, ich würde sagen, ich würde euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Macht's gut und jetzt ganz viel Spaß bei diesen Runden. Ciao! Weißt du, wo Shinken jetzt hier ist? Welches Instagram wird jetzt einfach on-stream mit ihm führen? Obwohl jetzt ihr dabei seid, damit es maximal unangenehm wird. Okay, ja, können wir das jetzt machen? Perfekt, let's go. Okay, Papa Platte, wie hast du dich denn da gefühlt für 20.000 Leuten zu spielen? Normal. War okay. Langweilig. Du bist 98. geworden von 100. Wie fühlst du dich? Ziemlich gut, aber Kohle könnte ein bisschen besser sein. 50.000 ist nicht so viel, oder? Na, hätte schon noch eine Null dran sein können, sag ich ganz ehrlich. Was verdienst du mit Twitch? Nichts. Tatsächlich, ich mach das gratis. Krass. Einfach ehrenamtlich. Hast du Super eigentlich gar nicht mitgespielt? Nee, ich war doch in New York, Alter. Ich bin behindert. Ich hab ihn ganz vergessen. Ich bin seit gefühlt sechs Wochen, bin ich glaube ich, also noch mehr Brain Binder als sonst, Alter. Wirklich. Ich bin in einem ganz anderen Modus, Alter. Ich lande wo und ich werde direkt gehackt, Alter. Ich könnte sterben. Zwei Leute wollen mich direkt hacken. Du Schinken, wenn du grad Zeit hast, also komm ruhig rüber so. Ich könnte dir Hilfe gebrauchen, sag ich mal ganz ehrlich. Oh, nee. Ah ja, guck mal hier, die Nates. Ja, die kommen. Ja, die kommt auch. Auf mich, Achtung. Boah, ich hab mich jetzt so gern selber genockt, das wär schon wieder gewesen. Ich hab direkt wieder den installiert. Ah! Die checkt's auch nicht. Ich brauch schon gerne, aber ich hab nur noch zwei. Oh, Alter! Nee! Oh mein Gott, Zeit, Dude! Alter, Kevin, du hast jetzt drei Leute aus unserem Krieg gekillt. Wie fühlst du dich dabei? So, sorry, Dude. Na, auf geht's, Jungs. Ja. Oh, Alter, komm, Alter. Zieh durch. Was für eine Clowns-Party, Alter, Junge. Ich hab das nicht eingesehen, abzubrechen. Ich leb einfach immer noch. Land, Danny, schnell. Land, Danny, da kommt einer durch die Wand. Yikes! Alter, ist über mir, cool. Komm, komm, let's go! Was ist das? Wenn wir die Runde gewinnen, Alter, dann lutsch ich euch ein, den Cock. Hat ja mega Spaß gemacht, die Runde. Ich hab gestern gelesen, ihr splittet euch irgendwie als Duo ab oder sowas. Ja, wir schauen mal. Hat das einen bestimmten Grund oder einfach so? Ne, einfach so. Bist du mit Aqua befreundet? Ja, ne? Ja, ja. Kennt ihr euch auch privat, oder wie? Ne, ne, halt nur. Ihr kommt alle aus Österreich, ne? Junge, was ist das für ein Gefeife hier? Hä? Wo kommt das her? Bin ich behindert? Was war das? Bitte? Junge, was ist das für ein Sch***-Mode, Alter? Kennt ihr dieses Video, wo sich zwei Opas in der Dusche waschen? Ne. Ja! Das ist so ein ganz altes, Digga. Da kommt genau der gleiche Song, Alter. Hä? Was ist das? Digga, wenn du es jetzt nicht gekannt hättest, ich wäre so weird da gestanden, Alter. Kennt ihr das Video, wo sich zwei Opas duschen? Alle so, ne. Ich so, ja. Ne, ich auch nicht. Chink, hast du früher Minecraft gespielt? Sehen wir aus wie so ein Sky-Guy-Server, oder was? Warum nicht? Warum? Sohn. Hab einen. Seid ihr hier gerade am Bauen, Jungs? Bitte sagt ja. Was für ein ehlenloser Move, Alter. Achtung, jetzt kommt Opa. Ach Gott. Oieieieiei. Ist der los? Ist der sehr los? Oh ja. Ja, leider schon. Kennt ihr das, wenn ihr so... Das klingt so behindert, Alter. Kennt ihr das, wenn ihr so einfach so normal im Auto sitzt halt und dann... Nein, ich hab kein Auto. Ja, okay. Dann bist du schon mal raus. Und dann telefoniert ihr mit jemandem. Und ich hab halt heute mit jemandem telefoniert und hab halt einfach so einen Akzent aufgesetzt. Weißt du, was ich meine? Ne. Das macht man ja manchmal einfach, oder? Ne. Was für ein Akzent? Was für ein Akzent? Ich weiß gar nicht, was es ist gewesen. Auf jeden Fall hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich brauch jetzt so eine blonde Perücke und so eine dicke Zigarre, ja? So. Und ich hab mich halt... Ich hab die ganze Zeit auch so Sachen gesagt wie... Ja, das ist alles nur Investment. Und halt mit so einem ganz scharfen S. Weil ich hab halt einen Kollegen und von dem der Vater redet halt die ganze Zeit so. Und da haben wir es halt immer lustig gemacht. So long term. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt heute bei Amazon hingegangen und hab mir so eine blonde Perücke bestellt. Und kauf mir so einen Anzug und dann mach ich Investmentbanker-Streams, Junge. Ken, du hast auch einen Lama gefunden? Ja. Jo, ich hab einfach schon zwei Lamas gefunden. No way. Wir haben alle Lamas gefunden. Alter. Oh mein Gott. Du hast einen YouTube-Titel. Wir müssen ihn gewinnen, das ist ein YouTube-Video. Alter. Lol. Weil ich ein 31er bin. Null. Den hab ich auch weggelasert, Alter. Der arme. Der arme Mann. Na, Kevin, was mach ich jetzt mit dem? Ich hab jetzt hier einen Menschen umgebracht. Der liegt jetzt hier. Karl. Karl. Ich hab einen Töten. Das... Tötet Leute. Hey, du Spinnen. Gib doch mal... Hallo, hey. Gib mal die Eier. Bitte. Guck mal, wie findest du in meinem Booty? Guck mal, wenn ich mich in einen Fugen bücke. Wack. Wack. Absolut Wack. Was? Let's f***ing go. Let's f***ing go. This is a Booty, dude. Oh, Gegner? Ich wär vorsichtig, Leute, die haben Waffen. Achtung. Hab dem einen nochmal ordentlich gegeben. Also das heißt ordentlich, also... Ordentlich ist ja immer eine Definitionssache, sag ich mal. Alle dead, oder was? Jaja. Was würdest du sagen, wenn deine Mom dir sagt, dass du ein Anti-Mate bist, Latten-Daddy? Ist richtig. Was würdest du sagen, wenn deine Mom dir sagen würde, dass du adoptiert bist? Ist richtig. Nein. Was würdest du machen, wenn du deinen Eltern sagst, dass du adoptiert bist? Okay, what? Was ist, wenn ich euch sage, dass ich meine Eltern adoptiert hab? Jetzt geht's los. Boah, Baller macht richtig Spaß. Guck mal, Leute, ich bin ein Windrad. Ich arbeite jetzt hier. Was bist du? Ein Windrad. Also ich arbeite jetzt als Windrad hier. Oh mein Gott. Windrad-RP. Also Gegner, Jungs. Oh, der hatte so. Kein Spaß. Sorry, Schinken. Das wollte ich nicht. Ich wollte dir den nicht wegnehmen, ja? Ich hoffe, du bist nicht sauer. Nein. Geht dieser Bug noch, wo man so hochfliegen kann mit diesem Baller? Ne, ne? Ne. Doch, 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 doch. Guck mal, guck mal, wie hoch ich bin mit dem Baller. Warte, 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 warte. Und jetzt spring ich gleich raus. Und jetzt redeploy. Ich bin wieder auf Battle-Bus-Höhe. Was geht? Siehst du das Latten-Daddy? Ist geil, ne? Und so hab ich damals... Ich hab bald mal keinen Glider redeploy, Jungs. Oh, Alter. Das war schön gespielt von mir. Das war ein Spiel. Ich kann wieder gehen. Kann man machen. Kevin, du bist eine dumme Drecksache. Wait, Schinken hat sich nicht gezogen. Wait, what? Alter! Schinken, Junge. Wir hatten fast eine 20er-Bombe. Das lade ich hoch, Junge. Wollen wir hässlich-Squad machen? Also, meins gehen ist schon ziemlich hässlich, oder? Aber ich hab noch einen hässlichen. Ich hab ja den hier, aber der ist für Trimix. Oh, ja, ja, ja. Der Skin, Junge. Das hässlichste Squad aller Zeiten. Neidless, Junge, wie das aussieht, Alter. Hier ist noch einer. Okay, hier war einer. Oh, Alter. Das ist cool, wenn man das so sagt. Wenn man das so callt. Ja. Hier ist noch einer. Oh, da war einer. Was ich am meisten hasse, ist, wenn die anfangen zu bauen, ne? Same. Grauenhaft. Oh, Junge, er hat eine Trap geplaced. Ja. Und Michael ist auch nicht. Bist du in die selben Trap reingelaufen? Ja, aber die waren doch gerade erst ausgelöst. What the hell? Die sind überlaufen. Oh, Mann! Drei Leute, eine Falle bei dir. Drei Leute, die selben Falle. Ich hol das Jungs. Junge. Na komm! Oh, komm! Fürs Vinius. Fürs Vinius. Okay, wollen wir jetzt einen schönen Squat machen mit schönen Skins? Ja. Alter, Junge, sie ist ja komplett zugekifft. Guck mal, ihre Augen. Die hat ja anders an die Bon getrunken, Junge. Die Bon. Schönes Bonwasser getrunken. Schönes Bonwasser gesoffen, Alter. Junge. Immer so an als Kinds. Go. Ich spiele den Apo, Leute. Was ist das denn? Was ist das denn, Junge? Was ist das denn? Die Kappe sitzt da noch falsch rum. Jetzt hat jemand gerade im Chat gefragt, woher wisst ihr, was eine Bon ist? Kurze Story aus meinem Real Life. Wir hatten damals in der Schule, hatten wir so ein Fest und da habe ich den Bon verkauf gemacht, ja? Also, wo man halt diese kleinen Papierzettel verkauft, so. Aber ich bin halt hingegangen und habe so ein Pappschild mit so einer riesigen Bon drauf gemalt und da vorne Bonverkauf hingeschrieben. Und da musst du nach Hause gehen. Ey, was ist ein Bonverkauf? Ich raff's nicht. Bon, ja. Genau, richtig. Und dann habe ich... Was für ein Ding? Grundscheine? Ja, nein. Guck mal. Du kaufst Wertmarken. Was sind denn wir? Ah, komm mal. Jungs, die Kost. Atenbung. Wir hatten so was wie die Schnitzeljagd oder so, du. Hat damit nichts zu tun, Alter. Du gehst hin, das ist so ein Scam-Trick von diesen Schulen, damit... Pass auf, du zahlst nicht mit Geld, du zahlst nicht mit Geld, sondern mit diesen Wertmarken. Das heißt, pass auf, dann zahlst du so 50 Cent für eine Wertmarke. Dicke, ich bin nicht wie Trimix gerade, ich schwöre. Wenn du dann tatsächlich was kaufen möchtest, musst du auch diese Wertmarke nutzen zum Bezahlen. Aber warum? Und das Ding ist, damit du immer noch welche übrig hast am Ende, die du nicht zurücktauschen kannst. Wir zahlen mit Geld und wir haben Kliniken gehabt und Bargeld. Jeder fangt normale Benz, Alter. Leckerliche Wirtschaftssystem. Hä? Bonkverkauf ist das einzig, meine. Das hat damals schon Karl Marx gesagt. Schock, Schockgesell, Bonkverkauf. Schockgesell, Bonkverkauf. Oh mein Gott, Alter. Oh, hier ist ein Lama im Haus. Vor allem bringt das dem Typen gar nichts, weil ich die jetzt in den Kopf schieße. Oh, nice, ey. Ah, lol. Er hat mir in den Kopf geschossen. Ich habe auch nur hässige Skins, Alter. Guck mal, was ist denn jetzt? Ich bin auch so ein Affe, ich gehe auch immer in den Shop rein, Digga, und sage so, der ist so hässlich, den kaufe ich. Ich muss diese Mode jetzt kaufen, ich kaufe das jetzt, Alter. Ist das noch drin? Ja, das ist noch drin. Ich habe die geschafft. Ich bin auch so dumm. Ich habe es mir zuerst noch angeguckt, anstatt direkt am kaufen zu drücken. Ich wusste noch, dass es das ist. Ich weiß noch, wie das aussieht. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Du kommst so rein, zwei Leute einfach tot. Das müsste es gewesen sein, der war hinten. Und ab dafür. Das Emote erinnert mich so an Trimax, Alter. So kann ich mir vorstellen, geht Trimax einkaufen mit so einem Pfeifen. Und da läuft er so richtig langsam durch die Stadt. Okay, jetzt mal so ganz blöd gefragt, ja? Welches Körperteil juckt euch so random am meisten? Links, also so oberer Rücken links. Ich habe bei mir immer auf der linken Schulter obendrauf. Ich war schon kurz davor, die mal wegzuoperieren oder sowas. Keine Ahnung, Alter. Du kannst dich einfach Arm abortieren lassen. Nein, nur die Schulter halt. Ich will, dass mein Arm irgendwie dann so rumglitscht oder so. Ich bin gleich bei euch. One down. Ich bin gleich bei euch. Zwei down. Das hat das wie gesagt. Oh ne, nice, nice, nice. Die können nicht weg sein. Dort sind ja noch... Die können doch nicht weg sein. Einer knockt. Big Nades, Laser, alles. Hab einen down von denen. Schön, Jungs, schön. Oben noch. Oh mein Gott. Nein, Digga. Ich sehe ihn nicht, weil ein Bush ist. Ich bot. Einer hier oben down. Einer hier oben down. Kannst du pushen. Aber Schinken, ist dir auch sowas schon mal passiert? Was? Das ist so most obvious. Guck mal, er ist ein Bush, dass man ihn da nicht sieht. Nein. Nein. Das war's dann komplett, Digga von der Stelle. Das war's von diesem spontanen Stream-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seht hier nochmal unser Walking Squad, Alter. Absolute Baba. Die Walker-Gang. Back am Start. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Schinken, bei Papa Platte und bei Nyklis vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut. Nutze Creator Code Revinzert. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.